Kai-Valya durch Sattva Kommentar zum letzten Vers, zum 56. Vers des dritten Kapitels des Yoga Sutra. Patanjali schreibt, ist gleiche Reinheit in Purusha und Sattva, dann kommt die Befreiung. Kai-Valya, Befreiung, Ziel des Yoga. Wann kommt das? Wenn Sattva herrscht, die Reinheit. Man könnte auch sagen, wenn Sattva so groß geworden ist, wie die Reinheit im Purusha, dann kommt Befreiung. Zwar hat Patanjali vorher gesagt, letztlich Probleme und Vergnügen kommen aus der Verwechslung von Sattva und Purusha. Wenn du eben kleinere Freuden, letztlich die Reflexion des Selbst in deinem Gemüt für, ja, wenn du dich damit identifizierst, dann kommt Vergnügen und Identifikation und alle möglichen Probleme. Andererseits aber, wenn du deinen Geist so Sattvig gemacht hast, dass er vollkommen durchlässig ist, dann erfährst du deine wahre Natur Purusha. Also, entwickle Sattva, habe eine sattvige Ernährungsweise, eine sattvige Ethik, sattvige Sprache. Reinige deinen Körper, löse dich von Wünschen, Gier und Gedanken. So machst du deinen Geist sehr ruhig. Und wenn du so deinen Geist sehr ruhig gemacht hast und sehr rein gemacht hast, dann leuchtet deine wahre Natur. Im Grunde genommen ist das wie der zweite Vers des ersten Kapitels. Yogas citta vritti nirodaha. Yogas das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Dritter Vers. Tadadrashtu svarupe vastanam. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Mach also deinen Geist sehr ruhig und klar. Löse dich von Identifikationen und Vorurteilen, Reizreaktionsketten. Dann wird der Geist so wie ein Kristall. Auch das ist ein Beispiel aus dem ersten Kapitel. Und der Geist reflektiert das Selbst. Und dann kommst du zur Befreiung. Ja, dies war der letzte Vers des dritten Kapitels des Yoga Sutras, sogenannte Vibhuti Pada. Nochmal die Kurzzusammenfassung des dritten Kapitels. Zunächst hat Patanjali Dharana, Dhyana und Samadhi erläutert. Dann hat er davon gesprochen, was Samyama ist, die Aufeinanderfolge von Dharana, Dhyana und Samadhi. Samyama ist aber auch eine eigenständige Praxis, nämlich die Bewusstseinslenkung auf etwas, ich nenne es auch gerne die liebevolle Achtsamkeit oder die liebevolle Konzentration, ohne zu analysieren, zu beurteilen, zu reagieren und identifizieren. Die vollständige Aufmerksamkeit des Geistes auf etwas richten, das ist Samyama. Patanjali sagt, Samyama führt zu Pragnya und Jaya. Pragnya ist intuitives Wissen, Jaya ist Meisterschaft. Und dann beschreibt er einige Formen von Samyama, worauf du deine Achtsamkeit richten kannst. Und im Grunde genommen könnte man die verschiedenen Samyamas in mehrere Kategorien zusammenfassen. Es gibt Samyamas zur Kultivierung vom Einfühlungsvermögen, Mitgefühl und letztlich Liebe und die Fähigkeit, sich an einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Das ist Patanjali besonders wichtig. Zweite Gruppe von Samyamas, es dient dem Erwachen, der Intuition, dass du mehr weißt und Zugang findest zu einer höheren Führung. Und die dritte Art von Samyama, da geht es um Verhaftungslosigkeit, Loslösung, Sinnesbeherrschung. Denn diese brauchst du, um zum wirklich allerhöchsten Wissen zu kommen, nämlich der Gottverwirklichung. Und so waren die letzten Verse mehr ausgerichtet auf Kaivalya. Und eigentlich sind wir hier schon in Kaivalya, aber es gibt ja noch ein ganzes Kapitel, das nennt sich Kaivalya Pada. Das Kapitel über die Befreiung. Und damit werde ich beim nächsten Mal beginnen. Mein Name, Sukadeh von www.yoga-vidya.de Ja, dann kommen Sie bitte in kurz3�, bis 2d. Und dann Napier, das Kapitel über die Befreiung. Und dann..." Ich trainers Whoof,"